Internet-Kopplung So verbinden Sie das Infotainment-System Ihres Fahrzeugs mit dem Internet. Über das Navigationsgerät Discover Media stehen Ihnen für die Kopplung mit dem Internet die Möglichkeiten WLAN, Hotspot oder CarStick zur Verfügung. Mit dem Navigationsgerät Discover Pro haben Sie die Wahl zwischen einer Verbindung via WLAN, Hotspot, SIM-Karte oder Bluetooth. Bitte beachten Sie, dass für die Verbindungen via SIM-Karte und Bluetooth die Telefonschnittstelle Business benötigt wird. Die Verbindung via Bluetooth setzt zusätzlich voraus, dass Ihr mobiles Endgerät den Standard RSAP unterstützt. Um Ihren Volkswagen erstmalig mit dem Internet zu verbinden, wählen Sie den Menüpunkt CarNet und lassen sich vom Online-Konfigurationsassistenten durch alle nötigen Schritte führen. Im Folgenden erfahren Sie die genannten Möglichkeiten im Detail. WLAN-Hotspot So verbinden Sie das Infotainment-System Ihres Fahrzeugs über einen WLAN-Hotspot mit dem Internet. Klicken Sie hierfür auf den CarNet-Button im Menü Ihres Infotainment-Systems. Wählen Sie hier die Option WLAN aus. Klicken Sie auf Suchen und wählen Sie Ihren angezeigten Hotspot aus. Geben Sie gegebenenfalls Ihren Netzwerkschlüssel ein. Ihr Infotainment-System ist anschließend mit dem Internet verbunden. CarStick So stellen Sie eine Internetverbindung mithilfe des CarSticks her. Rüsten Sie Ihren CarStick zunächst mit einer internetfähigen Mikro-SIM-Karte aus. Verbinden Sie den CarStick anschließend über die USB-Schnittstelle mit Ihrem Volkswagen. Wählen Sie im Infotainment-System nun Einstellung Netzwerk aus und geben Sie dort Ihre SIM-PIN ein. Durch einen Klick auf Herstellen wird Ihr Infotainment-System mit dem Internet verbunden. SIM-Karte So stellen Sie eine Internetverbindung mithilfe Ihres SIM-Karten-Slots her. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Discover Pro-System mit der Telefonschnittstelle Business ausgerüstet ist. Stecken Sie nun Ihre internetfähige SIM-Karte in den SIM-Kartenslot Ihres Fahrzeuges. Legen Sie dann fest, ob Ihre SIM-Karte nur für Datenverbindungen oder auch für Telefonate verwendet werden soll. Zur Freischaltung geben Sie nun Ihre SIM-PIN ein. Das System weist Sie darauf hin, dass eine Netzwerkverbindung notwendig ist, um sich mit dem Internet zu verbinden. Diese kann zusätzliche Kosten verursachen. Durch einen Klick auf Herstellen wird Ihr Infotainment-System nun mit dem Internet verbunden. Sobald Ihr Fahrzeug über eine aktive Internetverbindung verfügt, erscheint im oberen Bereich Ihres Infotainment-Systems eine Weltkugel. Eine schriftliche Anleitung sowie Hilfestellung bei der Einrichtung einer Internetverbindung finden Sie unter www.volkswagen.de. www.volkswagen.de oder www.volkswagen.de . Vielen Dank.